Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind jetzt auf dem Weg zum City Store und knacken es hoffentlich. Jetzt bin ich jetzt hier in einer Party vom Clan und noch ein paar andere zufällige Jungs. Mal schauen. Die holen jetzt die Relikte. Also mal bei Herb, gut. Ja. Die Süden sind wahrscheinlich noch nicht so wach. Das kommt uns gelegen, wir brauchen nämlich noch den Edelstein. Den einen. Und da ich sehe, es wird wahrscheinlich dann nicht so schwer sein. Mal schauen. Könnte ich gleich einen zweiten Part machen dann. Oder, ähm, sogar im gleichen Part, aber es wird sowieso längere Zeit gehen. So. Keine, ähm, Brückenbelagerer hier. Schön freie Zone. Ohne. Ah. Wenn keine kleinen Kittys an sind, dann ist das immer die beste Zeit. Also, mit kleinen Kittys meine ich einfach die, die unbedingt krrrr, krrrr, krrrr wollen. Und deshalb die ganze Zeit irgendwelche Leveler auflauern oder, ähm, Grenzen, ähm, blockieren müssen. Ja. Aber es ist ja so gewollt von den Entwicklern. Ich bin jetzt nicht so böse, aber es nervt halt mir der Zeit schon. Ha. Wenn man so low-levelig ist. Aber, hey. Bei Regnum habe ich Frustresistenz wirklich, ähm, trainiert und... Ja. Also, wir müssen jetzt nach Süden. So. Hier nicht zu nah am Bind entlang. Die machen zwar nicht mehr so viel Schaden, aber, ähm, schreckt sie nur auf. Maur. Mar. Nicht so nah ans Tor. Jo. Es ist sehr verzögert, also. Ähm. Wahrscheinlich sind sie jetzt schon weg. Oder gehen langsam weg. Und, ähm. Okay. Jetzt ist es nicht mehr so verzögert. Hey, es ist fast. Ähm. Zeit nah. Cool. Tod und Verderben. Aha. So wie Tempo gestern. Haha. Ah, das war cool. So, Dele. So, Dele. Sollten wir sie bald sehen. Oh, Ups. Ähm. Ähm. Ja, meistens hier am Portal. Aber die machen sie wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen näher. Sie wollen es auch rein tun. Aha, sie wollen mit einem angreifen. Okay. Okay. Serbian. So. Hier ist eine Flocke. Gilgamesch ist hier. Richard Jones ist auch hier. Okay. Ähm. Urix. Wollte nicht mehr leben. Na, die haben jetzt ab. Blüte Jones. Komm, ich muss dich ja mal glauben. Blüte. Cool. Ah, okay. Man, siehst du nicht. Da ist sie. So. Spy. Okay. Da ist sie. Ja. So. So. Okay, gut. Dann greifen wir das Tor an. Mal wieder buffen. So geht's langsam gut. Aber wir sind auch hoch. Lieb liegen. Hier geht unser Mana aus. Ein paar. Kein Mana mehr. So, ich gehe, wenn das Tor auch offen ist, gehe ich ein bisschen zurück, weil, ähm... ein Schwal. Zürzen. Da ist einer. Ah, zu viel Damage. Ja, Klopp den Tod. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Okay, ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich weiß es langsam, ich will ihn trotzdem angreifen. So, sind weg. Ich bin überlastet, yes. Greif ich den an? Das ist einer von uns. Man weiß gar nicht mehr, wer was ist. Jetzt bin ich tot. Hey Leute, nicht schlafen! Wegen dem Ambergestein bin ich überladen. Ich habe auch keine Buffs mehr. Ich mag es nicht. Buffs sind für scheiße. Das ist für scheiße. Wir sind zu kurz. So, schön Tor. Yay. Ist da eben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich will mich zu genau jagen. Hm. Dann müssen wir langsam zum Händler gehen. Hm. Okay, wenn nichts los ist. Die wollen wahrscheinlich nicht den Stein jetzt gerade holen. Nicht schlecht, die Erfahrungspunkte. Ähm. Okay. Holt noch die anderen Relikte oder was. Ich kann nicht da angreifen. Hm. Hm. Wala. Wala. Klatsch, klatsch, klatsch. So. Ja, ich habe gestern Abend noch trainiert. Ja, ist jetzt nicht mal lange gewesen, weil ich sehr müde war. und mir den linken Fuss ein bisschen zertreten habe, habe ich dann, äh, bin ich hingelegen und dann bin ich eingeschlafen, ohne dass ich es wollte. Oh. Ja. Und jetzt, ähm, heute Morgen, ja, sehe ich eben, dass, mich merkt es immer sofort. Sofort, wenn ich umkomme, werde ich in die Party eingeladen und muss mitmachen hier. Also eine gute Gelegenheit aufzunehmen. Und, ja, das sind die anderen. Oh, schon wieder einer, der fast warm hast du. Okay. Ähm, kurz zum Klanschein, dass ich noch sehe es. Herb und Allgereich. Aha. Ich glaube, die Syrten sind wahrscheinlich jetzt in der Schule. Ah, ist ein Gelegen. Das ist sehr Gelegen. Gut, dass man Fußball ist und am Morgen nichts zu tun hat. Hm. 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 Ja, ja. Also. Bist du bei F? Minus. Hahaha. Okay. Hier könnten sie auch einen Händler hin tun. Hier könnte ich mal ein bisschen weniger kurz schauen. Ich bin gar nicht überlassen. Das ist wahrscheinlich wegen dem Stärke Minus-Buff gewesen. Süd ist, was das Reich erobert. Du, 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 du. So. Er braucht wahrscheinlich keine Hilfe. Okay. Dieser Oberbab. Ui. Okay. Hm. Oh, nee. Hab jetzt nicht gedacht. So. Upgraden. Sehr schön. Hahaha. Das ist langsam ist so bekannt. Aber ich habe mit Sirtis damals nie fast, ja, ich war einfach so ein bisschen, damals noch, was war ich, 34 oder so, Boba, oder 37 glaube ich, und äh, immer hinten irgendwo, bei den Heilern. So, Google, es ist so leer, so leer, so leer, hm, malek, oh, schade. Ja, schauen wir mal kurz, die Neue dabei sind. Hm. Nein. Ah, da ist ein Rang. Okay. Ich bin was irgendwie, ich weiß nicht, einfach einer der, der die untersten ausschliessen kann. Ich habe gesagt, nein, ich brauche keinen Rang, ähm, da ich sowieso nicht so aktiv sein werde, weil ich eben noch andere Sachen, Let's Play und Sport mache. Aber, ähm, ja, habe dann doch einen Rang bekommen, und ich weiß nicht, welchen Rang ich bekommen habe. Naja. Ja, ja. Also. Schade, dass wir keine Dinge bekommen. Ah, so ein Punkt. Ähm, gehen die jetzt, woanders hin. Ah, bei einer ist bei Aligurus. Der Banshee. Hm. Ich weiß nicht. Soll ich zum Händler gehen? Ich habe gesehen, dass hier ein, eine Quest ist, als ich durchgeritten bin. Da wird sie auch angezeigt. Ähm. Gut. Wir könnten zum Denken in Algefort, aber ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch keine. Ja, scheinbar zu viel eingenommen. Schade, dass man hier nicht drauf kann. Wir haben es ja einfach mal durchlässig gemacht. Das letzte Mal bin ich ja dort runtergestürmt. Und habe dann verloren bei, war das hier? Ich glaube, das war hier, ja. Naja. Ausprobieren macht nicht den Meister. Aber es lehrt dich zum Meister. Also es, 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 es geht nicht sofort. Man muss ein paar Sachen ausprobieren, bevor man Meister will. Und das war ein gutes Ding. Ich will auch hier drauf. Oh, durchlässig. Nein. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Wenn ich dann mal richtig coole Sachen habe, Level 60 benutze, gehe ich mal zum Herb und gehe nochmals auf den Baum kurz, damit ich wieder runter kann und dann von den Wachen fliehen kann. Ich hoffe, die sind dann nicht so stark. Weil ich habe es einmal probiert und es ging nicht. Ich kam fast, aber nicht hoch. Das war schade. Weil man muss ein bisschen hüpfen. Und man muss genügend Leben haben, genug Defensive. Ja. Hm. Okay. Keine Zeit da. Oh, fast so hoch wie Amika. Ich bin fast nicht mehr der Kleinste. Wo seid's? Lol. Was schreibt ihr? Mit 900? 600, okay. Nett. Ähm, dann kaufe ich mir mal bald noch irgendwas. Wir haben ja gesagt, 56 oder so. Wir müssen nochmal schauen dann. Ich bin so lange nicht mehr in Alte Rücke gewesen. Hm. Ja, ja. Ja, wollen wir drinbleiben. Und davor, außen sowieso nichts. Ah ja, ich bin Multimillionär geworden. Zweimal. Das finde ich so geil. Ähm, da, nein, da. Ja, hier bin ich jetzt einmal. Und. Wieso bin ich wieder Eroberer geworden? Das werde ich die ganze Zeit. Also, jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge und irgendein Gebäude erobere, ist es wieder. Äh, hab ich es wieder. Und ich habe bald die Hälfte. Yes. Und Orgjäger habe ich auch bekommen, obwohl ich schon irgendwie 2 Millionen Orgs belädigt habe. Grob geschätzt. Schlecht geschätzt. Ah, sie sind wach. Oder ich habe eine Pause. Kurz die 5 Minuten Pausen. Ich muss mich auch helfen. Mann, ich will nicht verlieren. Was ist jetzt los? 5. Ich habe keine Chance. Das ist... Hm. Ich halt jetzt mal. Sieht so aus, als würde ich mich gewinnen, weil die Schlacht jetzt von links kommen. Oh, Hilfe. Green Hell ist da. Ja, toll. Die kämpfen gegen alles. Es sind noch mehr. Es sind noch mehr. Ah, toll. Ich habe keine Bobs mehr. Okay. Nicht gut. Ich will aber die Warma Secents. Aber gut, dass wir aufgerüstet haben. Ich bin zu schwach. Ich kann nichts machen. Das ist das Problem. Dann da sehe ich sie halt. Ja. Ritter kloppen. Ich kann nichts machen. Ah, ich bin zu schwach. Ich hätte die aufgeräumt. Aber Regnum will mich so schwach haben. Das ist super. Ah, mal schauen. Ja, jetzt kommt's. Drei kommen. Wow. Ja, okay. Das ist es. Das wäre ja bei uns die Wallach. Wow. Port. Na ja, geht nicht. Es sind noch drei Leute drin. Ja. Kommt ihr, Leute. Er hilft mir doch. Ah, Mann. Die Stanzer. Niemand greift ihn an. So, jetzt ist der auch wieder der gute Buff. Offensiv Buff. Und. Jetzt sind's auch alle. Uh. Uh. So. Aber wir müssen Eisdios angreifen. Ich hab die Quished noch. Hab ich die bekommen jetzt? Oh, Mann. Diese Buffs nerven. Aber bekommen wir ja wahrscheinlich erst. Naja. Oder haben sie mich nicht bekommen, weil wir nicht gekloppt haben. Rätsel über Rätsel, weil alles verpackt ist. Aber. Ähm. Also wahrscheinlich ist der Buff jetzt weg. Nun gut. Das kann ich machen. Ich hab ja eigentlich einen gehittet. Aber das war wahrscheinlich zu wenig. Wenn man nicht angreifen kann, weil man zu schwach ist. Kann man ja nichts machen. Aber wahrscheinlich ist der Timer auch noch nicht vorüber. Das muss ja 20 Minuten gehen. Ich bleib jetzt mal ein bisschen drin. Und. Ja. Machen dann später weiter. Weil jetzt gerade nichts passiert. Und. Also. Bis gleich. Tschüssi. Also. Vier Minuten. Die Silden sind jetzt bei Alga. Von mir aus. Ähm. Dann. Lass ich das Video noch ein bisschen laufen. Ich werd noch ein Ding angreifen. An den Gegner. Sonst wär's das dann plötzlich wieder. Und da. Dann noch einen Gegner angreifen. Weil es war schon mal. Ich hab einen Gegner angegriffen. Und es hat irgendwie nicht gezählt. Und ich musste nochmal. Äh. Ja. Ich bin zu weit weg. Weil der Bug. So. Jemand hat noch geschrieben. Dass ich die Gegner nicht besiegen muss. Das ist klar. Dass ich die Gegner nicht besiegen muss. Aber wenn's ja so leichter sind. Besiege ich sie doch. habe ich da noch ein bisschen mehr Zeit verschwendet, aber macht doch Spass, die Gegner zu besiegen und nicht nur einen Club. Meistens verfolgen sie mich dann blöd. Der jetzt nicht, weil der aus der Reichweite war. Aber das wusste ich eigentlich noch von damals bei Sirtis. Da hatte ich auch die ganze Zeit immer irgendwelches Wachen kloppen müssen und die Gegner waren bei manchen Forts sogar noch höher als ich war. Habe sie angekloppt und so viel abgehauen. Ich weiß jetzt nicht, welches war, glaube ich. Ephraer's Kessel oder so. Die Dinger gewesen sind. Dem noch Sinn natürlich. Was los mit Alga? Ich werde wahrscheinlich nachher noch ein bisschen weiter spielen hier. Denen helfen, so gut es wie es geht. und wenn wieder etwas Spannendes ist, nehme ich natürlich wieder auf. Nächster Part halt, weil der Part jetzt schon früh über ist. Von der Zeit her. Also, ähm, wahrscheinlich bin ich... Ah, 1.30 steht da. Gut. So, das Rallye. Ja, weil wir die Mauer eingenommen haben, schon vorher. Müssen wir jetzt noch ein bisschen warten auf das Rallye. Gut. Also, wann sind die 1.30? Ah, jetzt ist noch 1 Minute. Geht ein bisschen langsam. Oder ich bin gerade ein bisschen, ähm, zu aufgeregt, dass ich meine, das geht schneller 1 Minute. Aber es ist cool irgendwie. Überlegen zu sein, ist in der Regen sowieso cool. So, dann nimm du das mit. Soll ich die in deiner Wache sein? War leck. Die gehört mir. Schön, die, den Arm in den Hammer rein. Ja, natürlich, ich greife uns jetzt an. Ich will ab, die Belohnung zuerst. Wie viel sind's? Ah, ist doch gefährlich, oder? LOL, da hängt eine. Hm. Komm, 4, 4. Nein. Mann, wie so hat's gelegt. Ich wäre schon lange drin gewesen. Ja, bekomm ich ja die Belohnung nicht mehr über von mir aus. Es müssen auch immer alle auf mich gehen. Die sehen immer sofort, dass ich, weil sie mich langsam kennen, dass sie mich angreifen müssen. Vom Namen her. Scheinbar. Ich kann ja mal V drücken, glaube ich, ist es. Ja, 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 soo. Hm. Ich hab' ich auch mal Tanks. Ach, ich will endlich 60 sein. Okay. Ja, ja, ähm, boba, der boba fett. Hm, ne, ich denke, ich denke, ich denke, relikt nicht zum Maul. Du können sie's noch nicht. ähm, ja, ja, holen wir dann die nächsten, ähm, warmers, können's, oder haben wir's jetzt bekommen? Ich denke, wir haben's bekommen, oder? Steht nirgends. Scheinbar haben wir's gar nicht angezeigt. Also ich denke, nein, wir haben sie nicht bekommen, weil wir 18.600 schon hatten. Nun gut. Ähm, ja, also, dankeschön für's Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.